Volker, 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 bitte. Ja, lieber Volker, erst. Das ist Ismail Tipi. Volker, gibt es auch ein positives Ergebnis aus Brüssel zu berichten? Ja, es gibt insofern auch sehr positives aus Brüssel zu berichten, als wir zum Beispiel als Land Hessen die einzige Region sind, die ihre Landesvertretung in Brüssel mit den Partnerregionen teilt. Wir haben innerhalb der Europäischen Union drei Partnerregionen, die Emilia-Romagna in Italien, die Akitän in Frankreich und Wilko Polska in Polen. Und wir haben in Brüssel ein vier Regionenhaus, wo wir jeden Tag eng zusammenarbeiten. Und das ist sehr positiv. Und das macht sich dann auch positiv bemerkbar. Wir haben beispielsweise bei der Weinmarktordnung, die in Brüssel neu verhandelt wurde, wesentliche Impulse gegeben als weinbautreibendes Land mit unseren Partnerregionen gemeinsam und waren dort sehr erfolgreich. Und das ist sehr wichtig.